Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Hallo Dale, wir sollten mit dir mal reden. Ich glaube, du sabotierst dich ein wenig, hm? Die Beweise sagen, dass sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach, kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Was immer auch passiert ist, es ist sinnlos, deswegen jetzt jemandem wehzutun. Was wissen Sie schon? Mir ist egal, was Sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten Recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Alles klar. Oh, das gab's nur noch Lebensfähigkeitspunkte. Ah, für die Andromeda. Okay. Ah, jetzt haben wir halt eine Quest für die Andromeda erledigt und dafür wird die Andromeda besser aufgewertet. Interessant. Cooles System eigentlich. Gut, dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Dann will ich aber wirklich nochmal nach unserer Schwester gucken. Von daher, Kryostation bitte. Genau, hier kenne ich mich doch schon wieder eher aus. Gut, so langsam blicke ich hier auch dahinter. Na? Na? Ich mach's wieder gut, Dash. Mein Bein versprochen. Fischer. Schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Das war vielleicht eine Expedition, was? Der Käpt'n meinte, ich würde im Lok als erster Mensch vermerkt, der Kontakt mit den Kett hatte. Und Kirkland als ihr erstes Opfer. Ich wünschte, es wäre anders verlaufen. Ich bin mir sicher, es gibt in Andromeda auch nette Aliens. Wir müssen sie einfach nur finden. Tja, wie man hört, sind Sie jetzt der Pathfinder. Je schneller Sie also rausfinden, wo Sie sich verstecken, desto besser. Mach ich. Und Kopf hoch. Ja, das wird schon. Ryder, schön, Sie zu sehen. Das mit Ihrem Vater ist eine Tragödie. Tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Ich bin sicher, Sie haben mir Möglichstes getan. Ja, aber trotzdem haben wir in meiner Schicht einen Pathfinder verloren. Das sitzt tief. Mein Vater kannte die Gefahren. Das gehört zum Job. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Ihre Schwester hier durchkommt. Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Na ja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt, ist das wirklich alles. Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt. Mit der Chance, eines Morgens aufzuwachen und Hoffnung zu verspüren, statt Arthritis. Wie geht es, Sarah? Ihr Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt sie. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stasa-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Rider. Bleiben Sie hier auf der Hyperion? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Äh, ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt. Das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Kett ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Ja, mach mal. Gut. Du noch was zu erzählen? Rider? Pace, wie geht's der Wunde? Der Arzt sagt, ich werde es überleben. Und so wird aus einer lebensbedrohlichen Schusswunde eine Geschichte, die ich eines Tages meinen Enkeln erzählen werde. Und Sie müssen nicht mal übertreiben. Der Kampf auf Habitat 7 war wirklich hart. Ich bin nur froh, dass ich nicht auf der anderen Seite stand. Ja, wir müssen mal anschauen. So, äh, Greer. Greer, wie geht's Ihnen? Ich bin dankbar. Wenn Sie und Liam mich nicht in der Höhle gefunden hätten. Nur Gott weiß, was die Aliens mit mir angestellt hätten. Wir konnten niemanden zurücklassen. Ja. Aber Ihr Vater. Und Kirkland. Hm. Wir werden Ihr Opfer nie vergessen. Es ist sehr mutig, sein Leben für das Gemeinwohl zu riskieren. Ja. Aber es ist unfair. Wir sind gerade erst angekommen. Es tut mir leid, dass ich nicht bei Ihnen bin, aber... Kirkland war ein Freund. Und... Ich schaff das einfach nicht mehr. Ich verstehe. Habitat 7 war ein unangenehmer Weckruf. Passen Sie auf sich auf, Greer. Sie auch. Und nochmal danke. Ja, ist leider echt nicht so gut gelaufen hier. Hallo, ich bin Jeanne Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Aktuell ist Pathfinder Rider der Arche Hyperion zugeteilt. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentraler Anlaufstelle. Weitere Informationen erhalten Sie in den Verwaltungsbüros der Nexus. Ich bin Jeanne Garson, Gründerin der Initiative. Ich halte es für wichtig, dass wir einen Moment innehalten und über die Prinzipien reflektieren, die uns alle zusammengebracht haben. Am Anfang stand die Vision einer besseren Zukunft. Einer Zukunft, die Sie formen. Das Leben in Andromeda kann alles sein, von dem wir je zu träumen wagten. Und ich bin stolz darauf, dabei helfen zu können, dass diese Träume wahr werden. Schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Ilias-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Ja, ich glaube, das kannten wir dann auch. Den Rest kennen wir schon soweit. Hier noch irgendwas Neues? Na? Na? Nö. Nix. Aber wir bleiben zumindest mal fit. Oh, da hat noch jemand einen Auftrag für uns. Den nehmen wir doch vielleicht mal mit. Okay. Ach, der Nigel vielleicht. Ja. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seiner Siedlung errichten wollte. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja, wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Okay, dann müssen wir, glaube ich, auf Eos einiges suchen. Alles klar. Gut, dann, Quests. Was haben wir denn jetzt noch? Ich glaube, ich würde die Sachen mit dem Mörder jetzt gerne noch weitermachen. Mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Nein. Das war, wenn ich mit einer Taste wieder zurück kann. Gut, Andock bucht. Das sieht schon mal gut aus. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann es nicht. Ich bin nicht. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vettra. Vettra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützen und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden Sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Was auch immer passiert ist, ich war's nicht. Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stasa? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell. Aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen Sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Der neuste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten Ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody. Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hier gesteht. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizieren. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir Startler sind. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Ja, ich glaube, das wird witzig. Allerdings haben wir auch noch Zeug zum Aufwerten. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Okay, machen wir doch mal. Hallo, Ryder. Sind Sie an meinen Einsatzteams interessiert? Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da Sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich Sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Für welche Situationen sind Sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Kette ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück. Kandros Ende. Alles klar. Ja, da scheint es irgendwie eine Nebenmission zu sein. Muss ich mal gucken, inwiefern und wie ausführlich ich die machen werde. Wie gesagt, wenn das halt so ein... Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Mhm. Wenn das halt immer das Gleiche ist vom Prinzip, also wie jetzt zum Beispiel das Einnehmen dieser Dinger oder Scannen von Planeten bei den Vorgängern. Ich glaube, das wäre ich dann, wenn, außerhalb der Aufnahmen machen, weil, wie gesagt, ich finde es langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Einsatzteam Mission, da wäre die. Kiosk. Ah. Einsatzteam Mission, gerade nicht. Gehen Sie sich mal diese Spielzeuge an. Hier war das Forschungsding, ja. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Okay. Was haben wir denn hier? Nachricht von Sam. Ach so, ja, ein Bild von einem menschlichen Sichtspektrum. Mhm. Ach, ist das Koras Ecke hier? Sonst noch irgendwas von Interesse? Hm, scheinbar nicht. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Hm, ich dachte, wir fallen da runter. Ah, da ist die Brücke. Nee, ich will, erstmal will ich tatsächlich, können wir vielleicht mit dir erstmal reden? Pathfinder, sehen Sie sich mal diese Spielzeuge an. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Ruhmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Wir sind auf uns gestellt. Zum Wohle aller anderen. Das ist es, was Pathfinder jetzt bedeutet. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Ähm, Entwicklung und Forschung. Ähm, Baupläne und Verbesserung. Und da können wir dann Ausrüstung und Upgrades herstellen. Cool. Fangen wir doch mit der Forschung mal an. Was können wir denn machen? Waffen. Ähm, Sturmgewehr. Charger. Schrotflinte. Hm, sieht aber auch ganz nett aus. So, die kostet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, das können wir uns leider noch nicht leisten. So, das Sideway, die haben wir doch glaube ich schon. Uh, die sieht aber nett aus. Schon mal gefunden. Können wir irgendwo uns... Das sieht... Ist das ein Sniper? Genau, das sieht mir nach einem Sniper aus. Ghost-Gewehr. Ja, PG ist Präzisionsgewehr. Nicht die Alterseinstufung. Hurricane, ja, das können wir glaube ich auch noch aus den... Ist das ein Desert Eagle? Ja, guck mal tatsächlich. Cool. Also PG ist da nicht die Alterseinstufung. Vollautomatisch. Valiant, halbautomatisch. Die gute Black Widow. Was wird die denn kosten? Und relativ seltene Baupläne. Schadend. Äh, schade, aber die macht halt auch ordentlich Schaden. Black Widow 5. Ja, doch. Ein Asari-Schwert. Okay. Ein Hammer. M90. Was war mit dem anderen hier? Mit dem Venescher. Äh, Venkescher. Das wird halt leider auch nichts. Unbraunstufe 30 dafür. Okay. Panzerung. Hyper Guardian Armschutz. Aha. Könnt ihr ein 7. Rüstung auch noch holen. Und Verbesserung. Mhm. Da haben wir auch noch einiges zu tun. Einen Granatwerfer. Ultra selten. Alles klar. Entwicklungen. Ähm. Was ist denn da mit? Da haben wir auch nicht genug Materialien für, wie es aussieht, oder? Bauplan ungewöhnlich. Carnifex. Avenger. Avenger. Äh, ich probiere das einfach mal gerade aus. Ja, wir haben ein Präzisionsgewehr. Ja, wir hätten glaube ich auch andere schon gehabt, oder? Ja, ne, die müssen wir glaube ich noch entwickeln. Ähm. Auch mit Gewicht wieder. Ja, da können wir halt auch sagen, mal im Moment haben wir halt leider nicht mehr. Oh, der sieht auch witzig aus. Genug Zeug da. Gut. Wie kann ich das jetzt modden? Kiosk. Ah, da können wir dann halt noch Sachen kaufen oder verkaufen. Okay. Ja, da haben wir erstmal nicht genug. Und die Basalklinge, Cyclone, hätten wir auch kaufen können. Obwohl, ne, hätten wir nicht kaufen können. Flüssigkeit, Gl, Titan, Brand, Munition, blibla blub. Alles klar. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und hier, Einsatzteam-Missionen. Was haben wir hier eigentlich? Ah, ich glaube unsere Brücke. Da kommen wir dann wahrscheinlich nach unten. Cool. Aber ich glaube, da können wir uns später jetzt mal drum. Ich will jetzt mal ein bisschen mal vorankommen. Ein bisschen Action. Okay. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Calo-Chath und Sie müssen Rider sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Hilius führt. Da draußen gibt es jede Menge Gefahren, aber ich tue mein Bestes, um sie zu umgehen. Das ist beruhigend. Ich würde nur ungern meine beste Arbeit an dieser wütende Wolke verlieren. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Ähm, die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen? Für Ihrs Lobbuch? Wir alle hofften auf eine goldene Welt und wurden enttäuscht. Aber halten Sie an diesem Traum fest. Wir können ihn wahrmachen. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflug-Vektor bestätigt Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Ja. Wie gesagt, wir müssen ja eh nach Eos. Da wäre Pfeiffer. Ach, ich glaube, mit Pfeiffer war das da nicht die eine, die verschwunden war? Oder werfe ich das gerade mit Dragon Age zusammen? Äh, durcheinander. Ähm, ja, die hat gestern auch noch gestreamt. Ähm, ja. System Pythes, Habitat 1 der Andromeda-Initiative, Bezeichnung Eos. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein. Nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von Eos. Okay, ähm. Ja, dann haben wir ja tatsächlich ein bisschen was zu tun. Was haben wir da? Na gut, Planeten, die wir halt noch nicht entdeckt haben wahrscheinlich. Ich hätte halt gerne erstmal die Informationen, bevor ich da lande. Ah, gut, die kommen jetzt wahrscheinlich. Okay, und hier können wir dann wieder scannen. Alles klar. Ähm. So, bringt das hier irgendwas? Da oben blinkt halt mal was. Da hat doch gerade was. Mhm. Und jetzt? Ich blick da nur noch nicht so ganz hinter. Einfach alles hier abscannen. So kann ja auch irgendwie nichts in der Sache sein. Oder muss ich hier was finden, wo alle Punkte aufleuchten? Wir können auch sonst nichts rausschicken. Hm. Und in mir komme ich auch nicht mehr raus hier, oder? So, mit T beenden. Ah. Länger gedrückt halten. Gut. Ja. Mal schauen. Also, ähm. Ich beende mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, wie das mit dem Planeten so funktioniert, wo wir landen können und wie das mit dem Scannen sein soll. Ich hoffe mal, wir kriegen es raus. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.